Sie sind da auch besuchen, ich kann Reis nicht, ich kann meinen Tschüss lesen. Was machst du in deiner Freizeit? In der Freizeit Salafe. Und Essen. Und die Treppe muss dann meine Freunde. Und du? Ich packe gerne Motorrad und sehe meine Freunde. Sie ist 26 Jahre. Und du? Wie alt bist du? 18 Jahre. 18 Jahre? Ja, ja. Kommt ihr aus Hanoi? Ihr seid aus Hanoi, ja. Sie war schon, vor vier Jahren war sie schon mal mit einer Freundin hier in Vietnam. Ja, aber es hat sich viel verändert. Viel verändert hier. Es ist ganz anders jetzt. Ja. Ja. Ja, ich habe studiert. Ich bin fertig mit meinem Studio jetzt. Ja. Ja. Ja, aber sie ist fertig. Jetzt fertig. Und jetzt macht sie ein Jahr, tut sie reisen und dann wird sie arbeiten. Ja. Und sie wird dann gleich nach, bis sie jetzt arbeiten bleibt. Ja. 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 Billy angang diseases. Ja. Nein. Ja. 20 rd. Ja. 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 Ja, ja, ja. Auch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Schwarz, schwarz, schwarz. Ganz gut, stimmt. So ähnlich wie hier in, ähm, wie hier in Vietnam. Wir haben dieses Rot-Weiss-Rot. Sowieso, äh, mit Packe, ja. Und mit Tutan.